Hallo, mein Name ist Eva-Maria Lechner. Ich bin Entspannungstrainerin und Dozentin bei den deutschen Paracelsus-Schulen. Das Seminar, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, heißt progressive Muskelentspannung und es geht um den Seminarleiterschein, mit dem Sie dieses Verfahren unterrichten können. Progressive Muskelentspannung, das klingt etwas kompliziert, ist es aber nicht. Das ist die einfachste Methode, in Entspannungsverfahren einzusteigen. Wir befassen uns mit unserem Körper, lernen den Körper besser kennen. Wir spannen Muskeln an, spüren, wie sich so eine Anspannung anfühlt und lassen dann bewusst wieder los. Wir nehmen die Entspannung wahr, konzentrieren uns darauf, vertiefen die Entspannung mit jedem Atemzug, bis nicht nur dieser Muskel entspannt ist, sondern die Entspannung sich im ganzen System, im ganzen Körper und auch in unseren Emotionen und in unserem Geist widerspiegelt. Wie läuft nun so ein Seminar ab? Ganz einfach, Sie kommen mit Ihrer Matte, Ihrem Kissen und einer Decke und wir legen los. Natürlich können wir uns nicht nur entspannen, wir brauchen auch Theorie, Theorie des Nervensystems, Stressbewältigung, methodischer Aufbau, Kursplanung, aber das Wichtigste ist tatsächlich die Entspannung selbst, dass Sie sich entspannen lernen, dass Sie merken, welche positive Wirkung das auf Sie und auf Ihr Leben hat und dass Sie es damit dann authentisch wieder weitergeben können. Wer braucht nun Entspannung? Eigentlich jeder. Entspannung ist heute wichtiger denn je. Tendenz ist steigend. Für Therapeuten und Heilpraktiker ist progressive Muskelentspannung ein wichtiger Schlüssel. Es ist eine wertvolle, körperorientierte Psychotherapie. Ein Entspannungskurs ist zudem die Möglichkeit, neue Klienten kennen zu lernen, Vertrauen aufzubauen und dann eine Einzeltherapie anzuschließen. Auch wenn Sie nicht im therapeutischen Bereich tätig sind, sondern mit Kindern arbeiten, mit Jugendlichen, mit Senioren oder in der betriebslichen Gesundheitsförderung arbeiten möchten oder im Wellnessbereich, ist progressive Muskelentspannung eine wundervolle Methode und eine sehr wirkungsvolle Methode. Ich bin Entspannungstrainerin seit über 30 Jahren und Entspannung ist für mich ein Fulltime-Job. Es geht für mich morgens los um viertel nach sieben im Park, wo ich Qigong unterrichte. Dann kommt autogenes Training, progressive Muskelentspannung oder Yoga im Kurbereich oder mit Hotels. Ich arbeite mit Krankenkassen zusammen und habe meine eigene Praxis, in der ich auch Einzeltherapien mache. Ich würde sagen, dass ich Entspannung nicht unterrichte, sondern dass ich Entspannung lebe. Und ich würde auch Sie gerne für diese Entspannung begeistern und würde mich freuen, Sie bei meinem Seminar zu sehen. Ihre Eva-Maria Lechner